So, hallo, wir machen weiter bei ASPE. Ich hab grad übrigens keine Ahnung, wo für ASPE steht. Stand das da am Anfang? Wie nenne ich das? Ach, All Stars Performance Edition. Also kann ich das Projekt Super ASPE-Mario nennen. Okay. Oh nein. Mehr Scrolling Level, ja. Ach, scheiße. Na gut, mal gucken. What? Ich hab die nicht gesehen. Ich bin blind. Es tut mir leid. Ich dachte jetzt... Oh, ich war irgendwie noch in dem letzten Level, da konnte ich den, äh... Den... Oh. Okay, irgendwie... Muss ich gerade zugeben... Bin ich gerade echt müde geworden. Vielleicht... Naja, komm, den einen Part machen wir noch. Auch wenn das gerade irgendwie... Fühlt sich das gerade komisch an. Also ich hab jetzt den einen Part beendet und den nächsten gestartet. Und ich bin plötzlich um ein so vielfaches müder. Vielleicht... Weiß ich, ob das die Musik oder das Level macht. Schauen wir mal, was beim nächsten Level passiert. Aber gerade fühle ich mich echt müde. Wow. Ich mein, gut, schaut auf die Uhrzeit, aber... Der andere Part gerade eben, den ich noch aufgenommen hab, da war ich halt munter. Also, finde ich zumindest. Ich kam mir etwas munterer vor. Vielleicht war ich da aber auch schon müde und merke es nur jetzt erst. Das kann natürlich sein. Oh, da ist der letzte Yoshi-Coin. Die... Alter, irgendwie... Ich weiß nicht, ob es das Level ist. Ich weiß nicht, ob es das Level ist oder ich. Aber irgendwas macht mich gerade saumüde. Ich glaube, es ist das Level. Ich mein, das Level heißt Express, weißt du? Dann hab ich irgendwie sowas wie einen Schnellzug erwartet. Aber das hier ist halt... So, wirklich alles andere als ein Schnellzug. Danke. So, mal gucken, ob ich das Level wieder munter macht. Warte mal. Das zeigt überall an, ob ich die Yoshi-Coins gesammelt hab, ne? Fuck. Dann brauch ich die. Und deswegen gab's hier auch keine. Dann müssen wir hier mal ganz schnell nochmal rein und die Yoshi-Coins holen. Nein. Natürlich. Das Level, was ich übersprungen hab. Oh. Natürlich. Ja, das war ja gut. Das war ja fast klar. Ach, Mist. Das hab ich ein bisschen verkackt. Oh mein Gott. Das Lied ist immer noch komisch. Weil's mal laut und mal leiser ist. Äh, großartig. So, hier war nix. Das weiß ich noch. Und dann kam irgendwann der dumme Angler. Oh mein Gott, nein. Da hab ich mich schon gefreut, dass ich das Level nicht überspringen konnte. Weil Angler. Und jetzt muss ich's nochmal spielen, weil Yoshi-Coins. Je nachdem, wie wichtig sie sind. Aber sie werden halt angezeigt. Und ich entschuldige mich für das Scannen jetzt in dem Part. Müder Conan ist müde. Ich kann's mir gerade nicht erklären. Gerade eben war ich noch so munter. Dann hat man die Aufnahme ausgemacht. Und irgendwie ist damit wahrscheinlich auch meine Munterheit ausgegangen. Ich weiß es nicht. So, jetzt wird's. Oh mein Gott, nein. Verdammt. Ich werd' das trotzdem versuchen wieder. Ach du. Arsch. Vieh. Okay, mach was anders. Ich wollte halt eigentlich wieder auf ihm reiten bis zur nächsten Yoshi-Coin. Das haut halt irgendwie gerade nicht hin. Ja, großartig. Dann hoffe ich mal zumindest, dass das Level nicht beenden muss und es reicht, die letzte Yoshi-Coin einzusammeln. Sollte aber normalerweise ja so sein. Ist die hier? Nein? Wo ist die denn? Ach, jetzt sage ich, es fehlt noch eine. Oh, ich weine gleich. Jetzt ist der weg und hier ist das Ziel. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon. Nein! Gib mir einen Pill. Oh. Wirklich? Gib mir einen Pill. Gut, jetzt ist dafür der Angler weg. Wo-wo-wo-woran bin ich? What? Wo stirbt der denn da? Oh, gib mir einen Pill. Das kann doch nicht wahr sein. Hier war einer drin. Gut, den muss ich behalten. Ich glaube, das ist aber wirklich einfacher, einmal bis zum Ende zu gehen. Den einen Abschnitt einfach nochmal zurückzulaufen. Und dann den Pilz hier holen, ohne dass der Angler nochmal kommt. Ich glaube, das ist einfacher, den Pilz zu behalten, als das zu versuchen, hier mit dem Angler durchzugehen. Mit dem Pilz. Entschuldigung, wenn wir das hochziehen und so. Irgendwie ist gerade... Ich glaube, ich mach mal kurz... ...den Ton aus, um zu schnäuzen. Ja, da ist die Coin. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Äh, ja, man sollte sich auch wieder entmuten, wenn man... Ups, naja. Ich habe nicht viel gesagt. Glaube ich. Ja, Entschuldigung. Yo, Pilz! Pff, hast du Bock? Jetzt habe ich den eigentlich nicht eingesammelt. Uh, ich weiß es nicht. Weih, 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 weih. Da ist eine Feder. Die darf man mir halt auch nicht geben. Ähm, ähm. Yoshi! Yoshi, du hast dich selbst gerettet. Ich bin stolz auf dich. Wow, die Blöcke sind echt cool. What? Achso. Wow, ah, dieses Wasser, ne? Ich erkenne das immer gar nicht als Wasser. Ist da oben was? Da oben ist definitiv was, aber ich... Da komme ich anders hin. Ja. Da ist doch irgendwo... Oh. Na, guckt euch Yoshi an. Hui. Yoshi hat voll Bock. Oh, warte mal. Kann ich? Ah. Das ist echt. Wow, das ist cool. Flick, Yoshi. Yay. Best day ever. Wie, wie, wie funktioniert das Abfedern eigentlich? Würde der jetzt höher springen? Ah, okay. Es pendelt sich dann ein. Yay. Das ist cool. Großartig. Das war weniger großartig. Gut, wir haben alle fünf Yoshi-Coins. Aber erst im Trey Point. Das heißt, der Rest ist Level durchlaufen. Chuck, please. Wow, nein. Yoshi ist weg. Na gut. Yo. Der Feder ist auch weg. Yo, Pilz ist auch weg. Ah, das ist echt ein cooles Gimmick. Die Blöcke. So. Hier gibt es jetzt ein Secret Exit und die Roshi-Coins. Es ist rosa. Das ist doch schon wieder sick. Oder wahrscheinlich ist das jetzt sick und das andere war nicht sick oder so. Keine Ahnung. Ja, rede mit mir, sick. Gib mir Hinweise. Die ich nicht verstehe. Weil ich kein Japanisch kann. Huch. What? Ever. Ever. Ich hab doch bestimmt einen Yoshi-Coins verpasst. Ne, hab ich nicht. Okay. Yo. Yo. Du gemeines Huhn. Ja, genau. Ist klar. Na gut, da ist immer kein Insta-Kill. Ich denke, damit kann man leben. Ja, und die aktivieren auch nichts. Das hab ich mir schon gedacht. Oh, okay. Ich will groß sein. Aber wir haben ja eh ein Secret Exit hier. Von daher. Muss das auch nicht jetzt sein. Na gut. Es muss jetzt sein. Ah, ich verstehe. Da kommt eine Ranke raus. Hier geht's dann zum Secret Exit. Dann müssen wir das nachher machen. Weil jetzt hab ich die Yoshi-Coins gesammelt. Und ich nehm mal an, die letzte kommt hier noch. Ähm. Ich sehe die Münze. Ja, aber da ist sie. Achso, ja gut. Ich kann natürlich auch. Ja. Ich kann das natürlich auch so machen. Dann haben wir Secret Exit und Dings in einem. Oh, oder auch nicht. Was? Welchen Sinn hatte das? Oh. Gib mir 50. Dann halt nicht. Oh, ich glaube, ich weiß, welchen Sinn das hatte. Nein. Mein guter Level wäre schon wieder komplett gebrochen, wenn man hier einfach mit Feder reingeht. Das wurde nicht verhindert, aber... Ja. Nein. 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 Wieso lade ich eigentlich, wenn ich einmal getroffen werde? Mein Gott. Bin ich wieder viel zu verwöhnt, was das Laden angeht. Es tut mir leid. Das ist die Lobbesserung. Na, hau ab. Nicht Mario. So, und jetzt. Yep. Genau das. Sie griff. Wow. 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 Mit. Uh. Wow. Oh, okay. Ich bin zwar unter Wasser, aber mit einer anderen Physik. Jo, das sind mancher Blöcke. Und zwar auch genau das. Nämlich mancher Blöcke. Es sind nämlich Blöcke mit manchern drauf, die auch wie manche agieren. Ja, was zum... Was zum... Was zum... Was zum... Halte. Ich kann nicht springen, teilweise. Ich drücke doch... Teilweise will er dann nicht springen, richtig. Oder ich spiel's mir... Ach. Entschuldigung, ich spiel wieder konzentrierter jetzt. Das war so klar. Ja, was... Ich spring doch. Also nein, ich springe nicht doch, aber ich hab gedrückt. Das war eigene Schuld. Das war... Jo, ich hab vergessen, dass ich... Ach, ich bin so dumm. Ich habe komplett vergessen, dass ich nicht schwimmen kann. Sondern im Grunde nur langsam falle. Hier soll man nämlich runterspinjumpen. Deswegen war da auch ein A. Ups. Ach, gibt's das denn? Schwupps. Jetzt schwimmen wir aber richtig. Immer noch nicht. Ja, dann halt nicht. Wer braucht schon Pilze? Niemand, niemand. Lalalala. Idioten, es muhr an deinen König geben. Ach, lang ist der. Aber du hast doch gesagt, ich werde König sein. Haltet zu mir. Und ihr werdet nie mehr Hunger leiden. Na, wer kann's zuordnen? Jeder, der es zuordnen kann, kriegt einen virtuellen Keks oder so. Ich weiß es nicht. Ja, klasse, langweber der König. Ich habe gerade Bedenken wegen der letzten Yoshi-Coin. Yoshi-Coin. Nein! Nein! Oh, fuck. Also das ist ja scheiße. Wo habe ich denn jetzt einen übersehen? Hoffentlich in dem Abschnitt. Aber ich fürchte nicht. Ah, hier komme ich eh nicht zurück. Da war dann die dritte. Ich werde im... Oh, da oben. Doch in dem Bereich. Oh, die war gemein versteckt. Ich finde, die war gemein versteckt. So, aber dann kann ich auch schon sagen, in dem Part passiert nichts Neues mehr. Alles, was jetzt noch passiert, haben wir schon gesehen. Ich war ja schon am Ende des Levels. Insofern... Yo. Es wird jetzt nicht noch ein neues Level gespielt. Also wer... Wer nur Fortschritt sehen will, der guckt das jetzt weg und schaltet jetzt weg. Sag ich schon mal Tschüss. Ich laufe nur noch bis zum Level-Exit, wo wir eh schon gerade waren. Mit fünf Yoshi-Coins diesmal. Mehr wird in diesem Part nicht mehr passieren. Tut mir leid. So. Zack. Gut. Ja, danke fürs Zuschauen. Oh, noch ein... Oh, da passierte doch noch was. Denn die hat bestimmt das Bonus-Game verändert. Keine Wort. Kein Wort dazu. Gar kein Wort. Nee, 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 ich... Äh, nein. Dazu sage ich nix. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und Tschüss.